Dönerverkäufer will, dass ich Thomas Müller anrufe. Es gibt wieder Döner mit Liebe. Heute hat mich Yunus darauf angesprochen, ob ich Thomas Müller Liebe grüße von ihm sagen kann. Thomas Abia, ich liebe dich hier. Ich bin Dönerliebe, komm und ich liebe Abia. Jetzt denkt ihr, ich kann kein Deutsch sprechen. Aber das ist diese Dönersprache. Ich schick Thomas Abia ein Video. Ich sag euch dann Bescheid, was er geantwortet hat. Ja, klar, schön, dass ich da bin. Jetzt wird sich erstmal ein Döner gegönnt. Kommentiert ein Döner-Emoji, wenn ihr auch Döner liebt.